Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei der Sprechstunde dem Gesundheitsmagazin auf Studio 47. Mein Name ist Frank Oberpichler und heute beschäftigen wir uns mit Zuschauerfragen zum Thema Hörgeräte. Die Hörwelt, alles zum Thema Gutes Hören. Was macht ein Hörgerät aus? Worauf muss man beim Kauf achten? Wie pflege ich mein Gehör? Wir beantworten Fragen wie diese gern. Ja, Zuschauerfragen ist heute unser Thema und in den letzten Wochen und Monaten haben sich einige Zuschauerfragen angesammelt zum Thema Hörgeräte und dazu begrüße ich heute natürlich wieder den Thomas Müller, Geschäftsführer der Hörwelt. Hallo Thomas. Hallo Frank. Thomas, wir haben einige Fragen gesammelt. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Wochen und Monate gemeinsam und da ist doch einiges aufgekommen. Zum Beispiel die Frage zum Thema Hörgeräte. Was zahlt eigentlich die Kasse? Also zuallererst möchte ich sagen, die Fragen, die uns auf verschiedenem Weg zugekommen sind, haben wir natürlich auch alle persönlich beantwortet. Ja. Wir haben jetzt hier einfach mal die Fragen ein bisschen zusammengestellt, weil ich denke, das ist auch interessant für alle anderen. Für alle anderen natürlich. Ja. Was zahlt die Krankenkasse? Das ist immer eine sehr gute Frage, die man gar nicht so pauschal beantworten kann, weil es gibt natürlich, und das wissen ja die meisten, unheimlich viele verschiedene Krankenkassen, die haben alle unterschiedliche Sätze und dann kann man noch unterscheiden zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten. Aber um jetzt mal so einen Grundwert zu erzählen, zu sagen, kann man sagen, 600 Euro pro Hörgerät, das ist das, was die gesetzlichen Krankenkassen im Durchschnitt bezahlen. Das heißt also, mit dieser Summe kann man in etwa rechnen, wenn man die Diagnose bekommt, dass man ein Hörgerät braucht. Das ist das, was die Krankenkasse bezahlt. Und zu dem Preis bieten wir auch Hörgeräte an. Das sind dann die Hörgeräte zum Festbetrag oder im Volksmund Kassengeräte genannt. Okay. Das ist aber ein Festbetrag. Das heißt, wenn ich jetzt etwas haben möchte, was etwas hochwertiger ist, dann kann ich das machen. Dann bekomme ich halt vom Kaufpreis des Hörgerätes diesen Festbetrag abgezogen und habe dadurch dann meinen Eigenanteil. Okay. Genau. Thema hochwertig hast du gerade angesprochen. Kann man denn sagen, was so das beste Hörgerät ist? Weil das ist auch explizit eine Zuschauerfrage. Gibt es das beste Hörgerät? Das ist auch so eine Frage, die man schlecht pauschalisiert beantworten kann. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand zum Autohändler geht und sagt, welches Auto ist das Beste? Es kommt halt wirklich auf den Gebrauch an. Es kommt auf die persönliche Lebenssituation an und natürlich auch auf die Ziele und die Wünsche, die ich an ein Hörgerät oder halt an ein Auto formuliere. Und dann kann man im persönlichen Gespräch herausfinden, was passt. Und dann kann man auch sagen, okay, das ist meine Empfehlung für dich aus meiner Erfahrung. Das heißt also, das beste Hörgerät ist immer ein individuelles Hörgerät? Es ist immer ein individuelles Hörgerät und das müssen wir halt mit dem Kunden zusammen erarbeiten. Deswegen machen wir einen Hörtest, wir machen ein Hörprofil. Wir nehmen uns die Zeit, hören zu und beraten halt auch sehr, sehr individuell, spezialisiert auf den einzelnen Menschen. Das heißt also, der Patient müsste zu euch kommen und ihr gemeinsam findet dann für ihn das beste Hörgerät? So wird es gemacht. So wird es gemacht. Wunderbar. Dann kommen wir schon zur dritten Frage, die auch damit zusammenhängt und zwar, welche Hörgeräte sind denn besser? Die Hörgeräte im Ohr oder die Hörgeräte hinter dem Ohr? Also bei im Ohr Hörgeräten ist definitiv die Schallaufnahme besser, weil das im Ohr Hörgerät kann ich so tief in den Gehörgang hineinbauen, dass ich auch das Mikrofon in den Eingangsbereich des Gehörgangs lege und das ist der normale Ort der Schallaufnahme. Unsere Ohrmuschel funktioniert wie so eine Parabolantenne und jede Ohrmuschel von jedem Menschen ist ganz individuell. Tatsächlich könnte man auch sagen, ist wie ein Fingerabdruck. Das heißt, ich habe irgendwann mal mit dieser Ohrmuschel, die der liebe Gott mir gegeben hat, gelernt zu hören. Wenn ich halt auch hier den Schall da aufnehme, wo die Ohrmuschel ihn bündelt, dann habe ich eigentlich den gleichen Eindruck wie mit dem normalen Ohr. Das ist das, was ich gelernt habe. Gebe ich jetzt ein Hinterohrgerät über das Ohr, dann geht dieser Eindruck erst einmal verloren. Ich kann den nachbilden durch verschiedene Algorithmen, ich kann das versuchen nachzukonstruieren, aber es wird natürlich nicht an das Original herankommen. Also von der Warte ist ein Im-Ohr-Hörgerät besser. In dem Hinterohrgerät kriege ich aber natürlich ein bisschen mehr Technik rein. Akkutechnologie, Bluetooth-Technologie, das ist alles etwas einfacher im Hinterohrgerät verbaubar und dementsprechend habe ich hier halt auch mehr Möglichkeiten. Gut, auch das wieder letztlich eine individuelle Entscheidung. Auch wieder eine komplett individuelle Entscheidung. Vielleicht noch kurz dazu, je nachdem welches Hörgerät man nun nimmt, wie reinigt man denn so ein Hörgerät? Also man kann Hörgeräte in der Regel sehr gut auch zu Hause pflegen und reinigen bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, ich kann dafür Sorge tragen, dass das Gerät arbeitsfähig bleibt und natürlich auch ein bisschen desinfiziert wird und halt gereinigt bleibt. Dass da halt keine Hautschuppen, keine Ohrenschmalzreste drin sind. Wenn man es etwas tiefer reinigen möchte, sollte man das eigentlich nicht selber machen. Dafür sind wir da. Dafür laden wir auch unsere Kunden alle drei Monate zu einem Servicecheck ein. Der ist auch kostenlos und wir sorgen eigentlich dafür, dass die Reinigung einmal gründlich gemacht wird und wir auch ein bisschen gucken, ob zu Hause die Reinigung okay war und geben auch Hinweise, wie man das vielleicht verbessern kann. Wenn man aber jetzt noch keine Instruktion bekommen hat, einfach vorbeikommen. Wir setzen uns mit den Kunden hin, erklären denen das und wir haben tatsächlich auch alle Pflegeprodukte vorrätig, sodass man halt hier auch sich bevorraten kann. Ja, Thomas, herzlichen Dank erstmal für den ersten Teil. Wir haben schon eine Menge Fragen jetzt beantworten können und wir werden auch im zweiten Teil noch eine Menge Zuschauerfragen beantworten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie so eine Beratung vor Ort aussehen kann. Die Hörwelt, Ihr Partner für gutes Hören. Wir beraten jeden Kunden persönlich und nehmen uns Zeit für Sie und Ihr Anliegen. Mithilfe modernster Ausstattung und Technik ermitteln wir exakt Ihren Bedarf. Ihre Hörwelt. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, wie so eine Beratung vor Ort genau aussieht. Und daran schließt sich direkt die nächste Zuschauerfrage an, Thomas. Wann bekommt man denn ein neues Hörgerät? Ja, also in der Regel bekommt ein Versicherter von den gesetzlichen Krankenkassen alle 72 Monate, also alle sechs Jahre, einen neuen Festbetrag. Bei Menschen, die privat krankenversichert sind, ist es manchmal so, dass sie schon nach 60 Monaten, also sprich nach fünf Jahren, ein neues Hörgerät bezuschusst bekommen. Das kann sich aber ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einmal schlechter hören kann als vorher. Also meine Hörleistung deutlich schlechter wird und wir das mit dem vorhandenen Hörgerät nicht mehr ausgeglichen bekommen oder man das Hörgerät verliert. Ja, dann muss man halt mit seinem Ohrenarzt, mit dem Akustiker sprechen. Wir stellen dann einen Antrag bei der Krankenkasse und in der Regel bekommen wir da halt auch positive Rückmeldungen. Also da geht es dann auch schon schneller, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Daran anschließend die nächste Frage vielleicht. Soll man denn das Hörgerät ganztägig tragen oder mit Unterbrechungen? Also das Hörgerät sollte man eigentlich den ganzen Tag tragen, weil es ja auch den ganzen Tag mit dem Gehirn, mit dem Ohr zusammenarbeitet. Okay. Und das Gesamtsystem muss man sich wie ein Muskel vorstellen. Es wird halt dauernd trainiert. Wenn ich halt das Trainingsgerät wegnehme, dann wird die Trainingsleistung auch geringer. Also ruhig das Hörgerät über den gesamten Tag tragen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, das über den gesamten Tag zu tragen, sei es, es fällt aus dem Ohr, es juckt oder ich kann es nicht tragen, weil es halt komisch klingt, dann bitte zum Hörgeräteakustiker zu uns kommen, Problem ansprechen, dass wir da eine Lösung finden können. Apropos Lösungen finden, ich habe jetzt von vielen Brillenträgern auch gehört, dass die hin und wieder Probleme haben, Hörgeräte zu tragen. Welches Hörgerät empfiehlst du denn da bei Brillenträgern? Also normalerweise ist zwischen Schädel und Ohrmuschel genug Platz für Brille und Hörgerät hinter dem Ohr. Wir haben jetzt gerade so diese Problematik mit den Masken, das halt Brille, Hörgerät, Maskenbügel, das ist dann irgendwann zu viel. Es gibt auch Leute, die haben sehr eng anliegende Ohren, da wird es dann halt auch irgendwann unangenehm, weil dann drückt natürlich das System entsprechend raus. Und da gibt es halt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist halt mit dem System ins Ohr hineinzugehen, damit umgehe ich sozusagen die Thematik über dem Ohr, irgendwas tragen zu müssen. Die andere Möglichkeit ist die, dass man in den Brillenbügel ein Hörgerät mit einbaut, das ist auch möglich. Und die dritte Variante ist tatsächlich hinzugehen und zu sagen, okay, es gibt Aufsatzorthoplastiken, wenn es gar nicht anders geht. Aber das macht man eher bei Kindern. Okay, eher bei Kindern. Jetzt müssen ja alle Hörgeräte gespeist werden und da stellt sich die Frage, beziehungsweise Zuschauer haben die Frage gestellt, wie oft muss man denn die Batterien überhaupt wechseln bei so einem Hörgerät? Ja, also im Prinzip ist es so, die Batterie sollte ich wechseln, wenn das Hörgerät nach Futter ruft. Das tun die mittlerweile alle. Entweder es gibt einen Hinweiston oder das Hörgerät spricht tatsächlich mit einem und sagt, die Batterie ist leer. Ja. Meistens passiert das zu komischen Gegebenheiten. Also ich stehe irgendwo an der Kasse im Supermarkt und dann fängt das Hörgerät an zu bimmeln oder spricht mit mir. Dann sollte ich mich aber daran erinnern, sobald ich zu Hause bin, dann einmal die Batterie tauschen. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, man sollte eine feste Routine einbauen. Das heißt, wenn ich merke, einmal die Woche meldet sich ein Hörgerät, dann sollte ich auch einmal die Woche die Batterien tauschen. Und wenn sich ein Hörgerät meldet, sollte ich immer auch bei dem anderen Hörgerät die Batterie mittauschen, weil es wird kurz darauf entsprechend auch auf der anderen Seite leer gehen. Ja, Thomas, braucht man für so ein Hörgerät eigentlich ein Rezept? Ja, wenn ich das erste Mal ein Hörgerät bekomme, dann muss ich vorher zum Ohrenarzt gehen. Der muss einmal diagnostizieren, dass ich schwerhörig bin und auch schauen, woran liegt es, dass ich schwerhörig bin. Und dann wird er ein Rezept ausstellen. Wenn ich dann in die Nachversorgung komme, also nach 72 Monaten, brauche ich in der Regel kein Rezept, wobei es wichtig ist, zwischendurch immer wieder auch zur Kontrolle, zum Ohrenarzt zu gehen, um halt hier auch einen Stand zu halten. Wenn ich ein Hörgerät verliere, muss ich auch vom Ohrenarzt ein Rezept beibringen für eine Neuversorgung. Und ähnlich ist es auch, wenn jetzt mein Hörverlust absinkt und ich brauche ein neues Hörgerät, weil ich mit meinem vorhandenen nicht mehr zurechtkomme, dann muss auch der Ohrenarzt einmal drüber schauen, was ist der Grund für das absinkende Gehör. Und wenn es halt so ist, dass es ein neues Hörgerät benötigt, dann wird er ein Rezept ausstellen. Ja, Thomas, herzlichen Dank. Das waren sehr gute, ausführliche Antworten auf die unterschiedlichen Fragen. Sehr gerne. Selbstverständlich konnten wir nicht alle Fragen, die uns erreicht haben, beantworten. Wenn Sie also noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich gerne eine E-Mail zur Hörwelt schicken oder am besten vielleicht selber dort vorbeigehen, einen Termin ausmachen und sich vor Ort überzeugen. Die Hörwelt in Duisburg und Mörs. Nur das Beste für Sie und Ihre Ohren. Bei größtmöglicher Angebotsvielfalt und professionellem Know-how bieten wir rund um Service, um Ihre Ansprüche an besseres Hören zu befriedigen. Die Hörwelt. Sechsmal in Duisburg, zweimal in Mörs. Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen. Ja, das war es auch schon wieder mit der Sprechstunde. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuschalten. Mein Name ist Frank Oberpichler und ich sage Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020